Hallo, heute geht es um das Thema Vorstellungsgespräch und das hier ist unser Plan für heute und zwar das Vorstellungsgespräch. Wir schauen uns zunächst die Fragen an, unterhalten uns über die Antworten, auch über die Motive, warum Dienstgeber und Dienstgeberinnen oder aber auch Personalabteilungen diese Fragen stellen. Und ihr bekommt auch gleich Tipps dazu. Dann unterhalten wir uns über Einwandstrategien, also wenn jemand irgendetwas sagt und man muss dann einen Einwand machen, das schauen wir uns auch an. Und ganz zum Schluss, das sind dann Bonusinformationen, ich nenne es mal so, schauen wir uns dann auch noch Lücken und Probleme im Lebenslauf an. Ja, was ist, wenn man mal ein Jahr nicht gearbeitet hat oder zwei oder drei oder fünf und wir schauen uns an, wie wir dagegen etwas tun können oder gegen diese Lücken etwas Sinnvolles machen können. Wir schauen uns auch Dienstzeugnisse an, also eine, ich sag mal so, wir schauen uns an, wie gute Dienstzeugnisse sich anhören und wie weniger gute Dienstzeugnisse sich anhören, obwohl Dienstzeugnisse sich immer gut anhören. Aber auch das schauen wir uns an. Ja, schönen guten Abend an alle, die dazugekommen sind. Ich schlage mal vor, ihr bekommt gleich mal von mir eine Frage, die ganz typisch ist, und zwar hier ins Bild geschrieben. Und zwar erzählen Sie mir etwas über sich selbst. Ja, diese Aufforderung hört man sehr oft bei Vorstellungsgesprächen, unabhängig davon, welche Branche es ist. Also erzählen Sie mir etwas über sich selbst. Das Motiv ist, die Person, die das fragt, möchte etwas Persönliches erfahren. Ja, also man sollte hier nicht unbedingt sagen, dass man am Wochenende ständig betrunken ist. Ja, sowas sollte man nicht sagen. Aber man sollte etwas Angenehmes aus dem Leben erzählen. Ja, zum Beispiel etwas, etwas Angenehmes, das man erlebt hat, Hobbys und so weiter. Ja, ich schreibe das mal dazu. Etwas Angenehmes aus dem Leben. Ja, zum Beispiel auch Hobbys. Idealerweise hat das dann auch schon etwas mit dem Beruf zu tun. Ja, da sollte man dann sensibel sein. Was gibt es noch so für eine typische Frage? Ja, was machen Sie so? Erzählen Sie mir aus Ihrem Leben? Das ist so eine alternative Fassung zu dieser Frage von vorhin. Ja, was machen Sie so? Oder einfach nur erzählen Sie mir etwas aus Ihrem Leben. Ja, das sind so alternative Formulierungen. Damit ist immer dasselbe gemeint. Und die Person, die das fragt, möchte einfach etwas Persönliches wissen. Seid ihr bereit für die zweite Frage? Ich denke schon, zum Beispiel, was sind Ihre Stärken? Diese Frage taucht auch in verschiedenen Varianten auf. Ich schreibe ein paar auf. Also, was sind Ihre Stärken? Oder welche positiven Eigenschaften haben Sie? Ja, damit ist dasselbe gemeint. Was sind Ihre Stärken? Oder zum Beispiel auch, nennen Sie fünf Wörter, die Sie beschreiben. Ja, diese Frage möchte ich gleich an Euch weitergeben. Nennen Sie fünf Wörter, die Sie beschreiben. Ja, nennen Sie fünf Wörter, die Sie beschreiben. Ja, warum wird das gefragt? Ja, man möchte das Selbstbewusstsein prüfen. Und das ist der Grund, warum diese Frage beim Bewerbungsgespräch oder Vorstellungsgespräch gefragt wird. Also, Leute, nenne fünf Wörter, die dich beschreiben. Nennen Sie fünf Wörter, die Sie beschreiben. Falls ihr jetzt Schwierigkeiten habt, fünf Wörter aufzuschreiben, solltet ihr unbedingt die Teile 3, 2 und 1 ansehen. Welche Tipps gibt es dazu? Man sollte die Stärken aufzählen, die starken Seiten und die positiven Eigenschaften erwähnen. Ja, macht das mal. Seid ihr überfordert? Dann schaut Teil 3, Teil 2, Teil 1, da könnt ihr das lernen. Und in der Bewerbungstrainingsgruppe auf Facebook, da könnt ihr gratis teilnehmen. Da sind auch noch mal einige Unterlagen für euch da. Hm. Leute, was ist los mit euch heute? Seid ihr müde? Albana antwortet, ich werde das Größe ins Bild schalten. Und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und zwar, Albana schreibt, ich bin nett, freundlich, zuverlässig. Ich mag Leute, die ehrlich sind. Aha, das sind mal vier. Albana meint, freundlich, hilfsbereit, mit guter Laune, sehr positiv. Das sind auch vier. Hm. Ja, denkt an diese Soft Skills, die wir gelernt haben. Ja, da sollte man diese Soft Skills aufzählen, die zur eigenen Persönlichkeit gehören und einfach die besten Eigenschaften sind. Ich schalte zurück auf den Computer und dann schreibe ich die nächste Frage auf. Und zwar, haben Sie diese Art von Arbeit schon einmal gemacht? Wenn man diese Frage hört, dann möchte ein zukünftiger Dienstgeber wissen, ob man sofort einsatzbereit ist oder schnell einarbeitbar ist. Aber auch hier gibt es wieder verschiedene Varianten. Zum Beispiel, kennen Sie sich mit dieser Tätigkeit aus? Oder, welche konkreten Erfahrungen haben Sie, um die Aufgaben bewältigen zu können? Das ist immer dieselbe Frage, aber mit verschiedenen Formulierungen. Ja, also wie gesagt, der zukünftige Dienstgeber möchte wissen, ob man rasch einsetzbar ist oder schnell einsetzbar ist. Ja, ob man ähnliche Arbeiten schon mal gemacht hat. Denkt bitte bei dieser Frage an ähnliche Arbeiten, einerseits beruflich als auch privat. Ja, hier sollte man beides erwähnen. Und außerdem möchte die Person auch prüfen, ob man eine schnelle Auffassungsgabe hat. Ja, ob man das auch gut und schnell verstehen kann. Ja, hier wird auf jeden Fall darauf geachtet, ob man schnell antwortet und ob man konkret antwortet. Ihr solltet euch auf jeden Fall für diese Frage und alle anderen Fragen, die ihr heute hört, vorbereiten, bevor ihr zu einem Vorstellungsgespräch geht. Dann analog zu den Stärken gibt es natürlich auch die Frage, was sind ihre Schwächen? Als Alternative gibt es hier zum Beispiel, was würden sie an sich selbst gerne ändern? Ja, dieses was würden sie an sich selbst gerne ändern? Fragt nach den Schwächen. Ja, oder auf welche Eigenschaften führen sie persönliche Niederlagen zurück? Auf welche Eigenschaften führen sie persönliche Niederlagen zurück? Das fragt auch nach den Schwächen. Es geht darum, rauszufinden, ob die Person, die gefragt wurde, eine gute Selbsteinschätzung hat. Kann sich die Person selber gut einschätzen? Und zukünftige Dienstgeber und Dienstgeberinnen wollen auch erfahren, ob es Beunruhigendes gibt. Ja, ob es Beunruhigendes gibt. Was könnte man hier tun, wenn man diese Frage hört? Ja, man könnte beruhigen und versichern, dass allfällige Schwächen keinen Einfluss auf die Arbeitsleistung haben. Und wenn man darauf antwortet, dann sollte man harmlose Schwächen nennen. Ja, es gibt ja Vorlieben, die jeder von uns hat. Manche mögen Süßigkeiten. Ja, aber denkt an fünf. Ja, also wenn jemand sagt, ja, ich rege mich immer sehr schnell auf, besonders dann, wenn andere unpünktlich sind, das ist sehr gefährlich. Ja, da sollte man nochmal überlegen, ob man nicht etwas Sinnvolleres sagen kann. Die nächste Frage ist eine, auf den ersten Blick eine sehr einfache Frage. Und zwar, warum wollen Sie bei uns arbeiten? Warum wollen Sie bei uns arbeiten? Diese Frage hat es aber in sich. Ich werde es gleich sagen, warum. Aber vorher gibt es noch ein paar Alternativen. Zum Beispiel, was erwarten Sie für Tätigkeiten bei uns? Oder wie sind Sie gerade auf unsere Firma aufmerksam geworden? Oder gekommen? Ja, das sind Fragen, wo zukünftige Dienstgeber und Dienstgeberinnen wissen, ob ihr wollen, ob ihr eine vernünftige Vorstellung habt von dem, worum es bei dieser Arbeit geht. Wisst ihr genau, was die Tätigkeiten sein werden? Um das zu beweisen, müsst ihr darüber sprechen können. Also gibt es eine realistische Vorstellung über den Arbeitsplatz. Und was könnte man da tun? Ja, man könnte wirkliches Interesse zeigen. Und die Motivation für die zukünftigen Aufgaben betonen und hervorheben. Oder anders gesagt, wenn man wirklich was weiß über das Unternehmen, wenn man wirklich etwas über die Stelle weiß, einerseits die Stellenbeschreibung gut gelesen hat, andererseits auch sich auf der Webseite informiert hat, was das Unternehmen alles so macht. Und wenn man sich mit diesem Unternehmen gut identifizieren kann, dann kann man diese Frage beantworten. Ansonsten wird es schwierig. Ihr seht, die Anforderungen sind ganz schön hoch. Man muss sich jede Stelle gut ansehen und man muss sich tatsächlich alles durchlesen. Man muss wissen, ist dieses Unternehmen tatsächlich das richtige Unternehmen für mich? Also müsst ihr euch im Vorfeld gut mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Wenn, ich sag mal so, wenn die Hard Skills, die verlangt werden, halbwegs passen, ja, und ihr dann das Unternehmen davon überzeugen könnt, dass ihr wirklich dort arbeiten wollt, ja, dann kann sein, dass eine Person, die besser qualifiziert ist, nicht genommen wird. Eine, die solche Fragen nicht beantworten kann. Und falls ihr schon öfter Absagen bekommen habt, dann ist das oft ein Grund dafür, weil man sich mit dem Unternehmen einfach nicht identifiziert hat. Ja, und wenn man das Unternehmen nicht als Teil von einem selbst sieht, dann wieso sollte das Unternehmen einen einstellen? Dann nimmt man jemanden, der es toll findet, in einem Unternehmen arbeiten zu können. Hm, denkt darüber nach, ja, das ist sehr wichtig. Diese Frage kann ganz schnell bei einem Vorstellungsgespräch zum Problem werden. Ja, aber was gibt es dann als nächstes? Eine Frage zur Position, ja, was interessiert Sie an dieser Position besonders oder am meisten? Ja, das ist dann gleich eine Frage, die sehr verwandt ist, ja, sie ist ein bisschen anders. Die Frage hier ist einfach, ja, ähm, gibt es die realistische Vorstellung zu dieser Position? Ja, ja, wenn man jetzt sich als Verkäufer oder Verkäuferin bewirbt, ja, worauf lässt man sich ein? Weiß man das? Ja, das möchte der Dienstgeber oder die Dienstgeberin bzw. die Personalabteilung wissen. Hier sollte man wie vorher das Interesse selbstbewusst zeigen und die Motivation für die zukünftige Arbeit auch sagen oder erläutern. Betonen, hervorheben. Und wenn man das nicht kann, dann ist das Spiel hier zu Ende, ja, das muss man wissen. Man sollte wirkliches Interesse zeigen an dem Unternehmen, an der Tätigkeit. Man sollte Fähigkeiten und Kenntnisse, die man dazu hat, gleich hervorheben. Was ist nützlich, um diese Arbeit gut machen zu können? Und, ähm, wie bei der Frage vorher auch, also was erwarten Sie für Tätigkeiten, ja, sollte man wieder mit all dem, was man schon als Erfahrung hat, mit all dem, was man gelernt hat, mit all dem, was man sozusagen sich im Vorfeld angeeignet hat, glänzen. Ja, man sollte in diesem Moment, wenn man diese Frage bekommt, alle Soft-Skills und Hard-Skills, die man hat, mit der zukünftigen Tätigkeit verbinden können, ja. Nächste Frage, und nach dieser Frage schaue ich mir eure Kommentare an, und zwar, was waren Ihre Schwerpunkte in Ihrem bisherigen Leben? Was waren Ihre Schwerpunkte in Ihrem bisherigen Leben? Was sind Schwerpunkte? Das sind die wichtigsten Punkte, das sind nicht die schlechtesten und schlimmsten Erfahrungen, sondern die Punkte, mit denen man sich bisher am meisten beschäftigt hat. Ja, was waren Ihre Schwerpunkte in Ihrem bisherigen Leben? Und, äh, da soll man die Qualifikationen nennen, denn das Motiv ist, die Qualifikationen erfragen. Und wenn es mit der Aufgabe zu tun hat, sollte man auf jeden Fall Fortbildungen, eventuelle Auslandsaufenthalte, die damit zu tun haben, Ausbildungen und Schulungen erläutern, aber man sollte nicht zu dick auftragen. Damit meine ich, dass man mit Respekt sprechen soll, aber man soll nicht angeben, ja. Man soll nicht zu tun, als wäre man die coolste Person der Welt, ja. Achtung, da muss man gut aufpassen, es sollte, ähm, ja, ein gutes Gefühl beim Zuhörenden entstehen. Und nicht das Gefühl wie, oh Mann, was ist denn das für eine hochnäsige Person, ja. Achtung, nicht zu dick auftragen, das wäre hier wichtig. So, und jetzt schauen wir mal, welche Kommentare ich noch erhalten habe zu der, äh, zweiten Frage. Und zwar, schauen wir mal, mhm, ich muss ein bisschen weiter nach oben, es gibt mehr. Und zwar, das haben wir schon gesehen, Anna schreibt noch, aufrichtig, motiviert, fröhlich, pünktlich, das sind auch nur vier. Fünf war die Aufgabe. Ach so, eine Präsentation machen, aha. Dann Riema schreibt, ich bin geduldig, hilfsbereit, fleißig, lustig und eine nette Frau. Genau, Riem schreibt, teamfähig, kreativ, selbstbewusst, hilfsbereit und kommunikationsfähig. Ja, das Adjektiv musst du bitte selber bilden. Ungeduldig schreibt Anna noch dazu, Riem ergänzt, äh, ich arbeite schnell. Mh, unflexibler Perfektionist, bist, also das sind die negativen, äh, Eigenschaften jetzt, okay. Okay, Anna schreibt, falls wir echt motiviert sind, dann kommt die Antwort spontan. Das glaubst du. Man muss alles im Leben üben. Ja, es gibt sehr viele Leute, ihr kennt das von den Prüfungen, ja. Man sitzt da und weiß plötzlich nicht, was man schreibt. Und, äh, bei einer, kurz vor einer anderen Prüfung erzählt euch Johannes ein paar Tipps und ihr sagt, ja, ja, das wissen wir alle. Genau, und dann sitzt ihr bei der Prüfung und dann fällt euch das nicht ein. Hm, das ist beim Vorstellungsgespräch nicht anders. Wenn man sich das nicht ins Bewusstsein holt und sich vorbereitet darauf, dann hat man keine Chance, das zu bestehen. Ja? Hm, Riem schreibt, ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten, weil ich in Ihrem Unternehmen viel Neues lernen kann. Naja, das ist jetzt hier eines, aber es ist ein Anfang. Und, äh, flexibel, aktiv, schnell, Probleme auflösen. Was meinst du mit Probleme auflösen? Hm, eins, zwei, drei, sehe ich hier, denk an fünf, ja. Ich gehe nochmal zurück auf den Bildschirm und, äh, dann schauen wir uns gleich die nächste Frage an. Und zwar, hm, warum sollten wir ausgerechnet sie einstellen? Warum sollten wir ausgerechnet sie einstellen? Hm. Das klingt ja nicht besonders nett, oder? Aber es wird trotzdem gefragt. Hier geht es um die Selbsteinschätzung. Wie gut kann man sich selbst einschätzen bei dem, was man macht? Man sollte unbedingt die persönlichen, ähm, ähm, Fähigkeiten und Eigenschaften erwähnen. Die besonderen Kenntnisse und die Vorteile für das Unternehmen. Außerdem die beruflichen Erfahrungen. Ich schreibe es kurz zusammen, oder auf. Und zwar besondere Kenntnisse und Vorteile, also Fähigkeiten und Eigenschaften. Und außerdem dazu die beruflichen Erfahrungen. Denn die beruflichen Erfahrungen in Verbindung mit den Fähigkeiten und Eigenschaften, unabhängig davon, ob das jetzt private Fähigkeiten und Eigenschaften sind, oder berufliche Fähigkeiten und Eigenschaften sind, sollten in Summe ein guter Grund sein, warum man euch einstellen soll, ja. Warum ihr den Job bekommen sollt. Hm. Wüsstet ihr, was ihr darauf sagt? Falls nicht, dann kommt später in die Bewerbungsgruppe und übt einfach. Ja, wie geht es weiter? Warum sollten wir gerade sie aufnehmen? Da gibt es auch wieder alternative Fragestellungen. Zum Beispiel, wurden sie gekündigt oder haben sie gekündigt? Wenn es um die letzte Stelle geht, ja. Warum wollen sie den Arbeitsplatz wechseln, wenn man gerade woanders arbeitet? Warum wollen sie den Arbeitsplatz wechseln? Ein kleiner Tipp. Auch wenn es Schwierigkeiten in dem aktuellen Job gibt, niemals sagen. Das zukünftige Unternehmen möchte wissen, welche Schwierigkeiten es gibt und möchte diese Schwierigkeiten vermeiden. Trotzdem, nur positive Gründe nennen, nichts Negatives. Dringend zu vermeiden ist üble Nachrede. Also, dieser alte Chef, den ich da habe, der ist voll das Arschloch oder sowas, ja. Bitte nicht, ja. Oder irgendwas anderes, was nicht so drastisch klingt, ja. Nein, nein. Sondern, sagt Personalkürzung oder Standortwechsel der Abteilung oder von mir aus, Auftragslage ist prekär oder leider nicht so gut, ja. Oder, hm. Oder ihr könnt auch sagen, ja, mein Wunsch ist, mich persönlich zu verändern und zu entfalten und das kann ich in ihrem Unternehmen viel besser laut Stellenanzeige, ja. Aber bitte niemals, niemals über ehemalige Dienstgeber oder Dienstgeberinnen was Schlechtes sagen. Wenn ihr das macht, dann weiß der zukünftige Dienstgeber, dass wenn ihr den Dienstplatz wechselt, dasselbe macht. Auf darauf hat der keine Lust, ja. Aufpassen, ja. Bitte, bitte aufpassen. Jetzt kommt eine Frage, die auch sehr oft das Ende der Bewerbungskette sein kann. Und zwar, welches Gehalt wünschen Sie oder was möchten Sie bei uns verdienen? Ja. Hm. Das Unternehmen möchte wissen, ob eure Erwartungen leistbar sind. Trotzdem kann man hier vieles falsch machen, ja. Also, folgenden Tipp. So lange als möglich keine konkrete Summe nennen. Eine Gegenfrage kann man stellen. Man könnte zum Beispiel fragen, wie viel ist budgetiert? Ja, das ist eine Gegenfrage. Wie viel ist budgetiert? Und, äh, man könnte aber auch einräumen, dass es Verhandlungsbereitschaft gibt, ja. Also, wie viel ist budgetiert? Und, wenn die Person dann etwas nennt, dann kann man sagen, ja, wir können das gerne verhandeln, ja. Es kann ja dann nur mehr werden. Hm. Weniger kann es ja nicht werden. Aber man kann trotzdem ein bisschen darüber reden. Aber, nochmal der Tipp, solange wie möglich keine konkrete Summe nennen, beziehungsweise fragen, wie viel denn budgetiert ist, ja. Wie viel hat das Unternehmen für diese Stelle geplant zu bezahlen, ja. Und, wenn es eine Summe gibt, wenn eine genannt wird, dann kann man, wenn es zu wenig ist, kann man ja sagen, ja, da können wir das gerne noch miteinander verhandeln, ja. Aufpassen. Bitte nennst so lange wie möglich keine konkrete Summe. Gleich ein Tipp. Also, wie geht es weiter? Es gibt noch, ähm, eine Frage, da möchte das Unternehmen wissen, ob man länger im Unternehmen bleiben möchte. Oder auch, wie stabil das Umfeld ist, in dem man sich befindet. Ich schreibe die Frage auf, und zwar, was sind Ihre längerfristigen Ziele? Was sind Ihre längerfristigen Ziele? Es gibt dann noch andere ähnliche Fragen, wie zum Beispiel, welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Oder, was wollen Sie in den nächsten, ähm, die, 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 die Jahren erreichen? Das kann fünf Jahren sein, das kann zehn Jahren sein, ja. Und wenn das Unternehmen verunsichert ist, äh, ob es euch gefällt oder nicht, das Merkenunternehmen, ja, Dann fragen Sie manches Mal, was garantiert uns, dass Sie in drei Wochen noch da sind? Das kann auch kommen, wenn man zum Beispiel im Lebenslauf bei sehr vielen Firmen schon war. Und da könnte dann sein, dass das Unternehmen das fragt. Wie lange will man denn ungefähr im Unternehmen bleiben? Wie stabil ist die Lebenssituation? Das möchten Sie erfahren. Sie möchten auch erfahren, wie das persönliche Umfeld ist. Deshalb, private Vorhaben erzählen. Zum Beispiel, in drei Jahren möchten meine Frau und ich heiraten. Oder mein Mann und ich heiraten. Wir bauen gerade unser Haus. Oder wir haben eine Eigentumswohnung angeschafft oder angezahlt. Wir möchten gerne unsere Familie vergrößern oder eine Familie gründen. Und man kann auch sagen, dass man hofft, dass man länger hier Mitarbeiter sein kann. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Wichtig ist, dass man hier versichert, dass man in einer stabilen Situation lebt und dass man Pläne für die Zukunft hat. Das ist für viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen wichtig. Personen, die in einer stabilen Situation leben, haben tatsächlich mehr Ausdauer und mehr Durchhaltevermögen, als andere, die in sehr instabilen Verhältnissen leben. Und deshalb sollte man hier das auch versichern. Ja, jetzt gibt es noch ein paar Kommentare. Ich schalte noch mal zu euch zurück. Und zwar, schauen wir mal. Genau, ich habe mich in der deutschen Sprache verbessert, um meine Ziele zu erreichen. Ich würde mich freuen, wenn sie sich für mich entscheiden, weil ich mich für diesen Bereich interessiere. Also ich habe in diesem Job schon mehrmals mich beworben. Das ist sehr gefährlich. Du nennst nicht, warum dich jemand nehmen soll, sondern du sagst in anderen Worten, ich habe mich schon so oft beworben, bitte nehmen Sie mich. Achtung, aufpassen. Ja. Genau, nein, das sagt man nicht. Riem sagt noch, Gehaltvorstellung habe ich mir natürlich über diese Frage etwas überlegt. Ich weiß schon, die Gehaltsvorstellung, bitte schreib das zusammen, das Gehalt ist fast 15.000 Pfund monatlich und das kommt mir gelegen. Ja, wenn die das bezahlen, sprichst du von ägyptischem Pfund? Ich glaube schon. Ja, also ich glaube, du sprichst dir von ägyptischem Pfund, oder? Wahrscheinlich. Also nicht vom britischen Pfund, sondern vom ägyptischen Pfund vielleicht. Naja, was kann ich dir für einen Tipp geben, das mit dem Gehalt und das und das kommt dir gelegen. Ja, das ist eine Sache. Bitte sei so gut, zögere das so lange hinaus, bis es nicht anders geht und frage auf jeden Fall, ob es eine Summe gibt, die budgetiert ist. Ja, also wie viel möchte das Unternehmen dafür ausgeben? Ja, und dann kannst du immer noch sagen, dann kannst du immer noch sagen, es tut mir sehr leid, aber ihr Budget trifft sich mit meinen Erwartungen nicht. Oder ja, das kommt mir sehr gelegen. Ja, oder du sagst, Moment mal, da müssen wir nochmal kurz verhandeln. Ja, je besser du sagst, diesen Punkt hier erfüllst, ja, je besser du erklärst, warum ausgerechnet du die richtige Person für diesen Arbeitsplatz bist, ja, desto einfacher wird das hier. Hier hast du kein Argument. Mit Null Argument kannst du das nicht sagen. Bitte aufpassen, ja, bitte gut aufpassen. Ich schalte zurück auf den Computer, denn diese Frage mit den längerfristigen Zielen ist auch sehr wichtig, ja. Ja, denn diese längerfristigen Ziele, die sagen viel über eure zukünftigen Tätigkeiten aus, ja. Mietwohnung oder doch Eigentumswohnung, vielleicht ein Haus? Hm. Die nächste Frage ist auch sehr gefährlich. Und zwar, welche Meinung hatte ihr letzter Arbeitgeber über sie? Welche Meinung hatte ihr letzter Arbeitgeber über sie? Also da steht im Dienstzeugnis. Mehr oder weniger direkt, ja. Ja, welche Meinung der Dienstgeber hatte. Das heißt, wenn die Person diese Frage stellt, dann weiß sie schon, welche Meinung der letzte Arbeitgeber über dich hatte. Es steht im Dienstzeugnis. Hm. Wir schauen uns ja dann später nochmal genauer an, welche Formulierungen jetzt wirklich gut sind und welche nicht so gut sind, aber trotzdem gut klingen, ja. Ja, aber hier sollte man ehrlich sein. Und zwar so ehrlich, dass man nur die positiven Dinge erwähnt. Also der Dienstgeber, der zukünftige, möchte gerne wissen, ob es Probleme mit Vorgesetzten gab. Bitte nochmal die Eigenschaften und Fähigkeiten aufzählen. Und zwar die, die der Vorgesetzte tatsächlich geschätzt hat, ja. Auch wenn man mal nicht so besonders im Guten auseinander geht, das kann ja mal passieren, ja. Aber auch wenn das passiert, gab es trotzdem auch Dinge, die der Dienstgeber geschätzt hat, ja. Bitte nennt diese. Dann die nächste Aufgabe, nein, Aufgabe, sage ich, Frage vom Bewerbungsgespräch ist, weshalb haben Sie so häufig die Stelle gewechselt? Stellt euch vor, ihr habt fünf verschiedene Stellen innerhalb von zwei Jahren gehabt. Und dann fragt der zukünftige Dienstgeber natürlich danach, ja. Weshalb haben Sie so häufig die Stelle gewechselt? Es ist ein Hinweis für leichte Instabilität, vielleicht sogar für Ziellosigkeit. Und da möchte eben der, ja, Dienstgeber oder die Dienstgeberin beziehungsweise die Personalabteilung genau wissen, was da jetzt los ist, ja. Tipps für euch. Also Wechsel sind nie zufällig, sondern geplant, um, ja, die Erfahrung zu erweitern, ja. Ja, hm, wenn es so ist, dass ihr mal dort wart und habt gesehen, das ist nichts für euch, ja. Und dann geht ihr zu einem anderen Arbeitsplatz, schaut euch das an und das ist auch nichts für euch. Und plötzlich findet ihr einen Arbeitsplatz, der euch gut gefällt, wechselt aber trotzdem, weil es eine bessere Chance gibt, ja. Ja, hm, dann könnte man das so sagen, aber besser wäre zu sagen, dass die Jobwechsel geplant waren und es ging darum, das Erfahrungsspektrum und das Wissen zu erweitern. Ja, das klingt ganz anders. Dann gibt es eine typische Frage, arbeiten sie lieber im Team oder sind sie ein Einzelkämpfer oder eine Einzelkämpferin? Das ist eine Frage für euch. Schreibt sie jetzt die Antwort, meine ich, schreibt die Antwort in die Kommentare. Man sollte hier immer auch an ein Weil denken, ja. Wenn man diese Frage beantwortet, sollte man immer auch an ein Weil denken. Ja, Personen, die das fragen wollen, wissen, ob ihr eher selbstständig arbeiten wollt oder unselbstständig arbeiten wollt. Und meine Empfehlung hier ist, es so zu beantworten, dass es zur Position passt, ja. Also wenn die Position eine Teamposition ist, dann Team. Und wenn es eine Einzelposition ist, zum Beispiel der eiskalte Versicherungskeiler, ja, wenn das zum Beispiel so die Stellenbeschreibung ist, dann sollte man eher das mit dem Einzelkämpfersein betonen. Ja, Silvia, es gibt einen Tippfehler, viel besser wäre, wenn du auf diese Frage antworten würdest, damit du üben kannst, ja. Also, man sollte immer an ein Weil denken, so damit Silvia zufrieden ist und gut schlafen kann, ja. Eine Antwort, glaube ich, gibt es schon, ja, eine gibt es schon. Ich schalte zurück auf den Computer, um zu schauen, wie das jetzt aussieht. Also, ich habe viele Präsentationen und Projekte an der Uni im Team erledigt. In Teamarbeit kann ich viele Aufgaben in kürzer Zeit machen. Ich kann sowohl im Team als auch alleine arbeiten. Ja, das ist eine Möglichkeit. Für welche Stelle passt das? Für welche Stelle passt das? Also, deine Aussage drückt aus, dass du einen faulen Kompromiss als Antwort wählst. Ein fauler Kompromiss ist auch eine Möglichkeit, hilft aber der fragenden Person nicht rauszufinden, inwiefern du jetzt für diese Stelle passend bist. Es könnte eine Nachfrage passieren, ob du überhaupt weißt, was überhaupt die Tätigkeiten sind. Anne schreibt, ich bin ein Teamplayer, kann aber auch selbstständig arbeiten, wenn sich die Situation ergibt. Es ist kein Weil dabei. Habt ihr nicht zugehört? Ihr habt Bedingungen dabei, aber keine Begründungen. Ihr müsst mit euren Antworten immer und immer wieder die Verbindung zu den Soft Skills und zu den Hard Skills herstellen können. Anna schreibt, Team ist immer sehr wichtig für mich. Im Team können wir bessere Ideen entwickeln. Man sollte aber auch im Team andere nicht stören und manchmal, du meinst manchmal auch alleine etwas machen lassen. Ja, warum nicht? Aber das Weil fehlt. Ja, das Weil fehlt. Warum ist man ein Teamplayer? Das fehlt hier. Ja, und falls ihr kaum Jobs bekommt, dann liegt das daran, weil ihr dieses Spiel noch nicht könnt. Ja, dieses Spiel muss man lernen. Also, ihr könnt überall bei allen Fragen ein Weil oder ein Warum ist das so dazu denken. Ja, das ist sehr wichtig, um mehr darüber zu verraten, warum ihr die Richtigen für genau diesen Job seid. Ja, ich schalte zurück zum Computer. Arbeiten Sie lieber im Team oder sind Sie ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin? Ja, schauen wir mal weiter, was wir noch für eine Frage haben. Also, ich habe insgesamt bestimmt 300 Fragen, die ich euch geben kann. Mal schauen, wie viele ich euch davon gebe, damit ihr euch gut vorbereiten könnt. Hm, was tun Sie, wenn Sie sich entspannen wollen? Was tun Sie? Wenn Sie sich entspannen wollen. Was tun Sie, wenn Sie sich entspannen wollen? Wie wird Stress abgebaut? Das ist das Motiv, warum Dienstgeber und Dienstgeberinnen das wissen wollen. Und jetzt ist es an der Zeit, von Freizeitaktivitäten zu sprechen. Bitte denkt daran, dass es Freizeitaktivitäten sein sollten, die nicht dazu führen, dass man dann am nächsten Tag allzu müde ist. Ja, da sollte man ein bisschen aufpassen. Diese sollte man eher für sich behalten. Und alle anderen Freizeitaktivitäten kann man hier offenlegen. Lisa schreibt, ich bevorzuge, im Team zu arbeiten, weil es interessanter ist und man dadurch mit anderen diskutieren kann. Aber ich kann auch selbstständig arbeiten, sind die Diskussionen und die Auseinandersetzungen der einzige Grund, warum du gerne im Team arbeitest. Erst Achtung, Diskussionen sind Uneinigkeiten. Da musst du aufpassen, Lisa. Marcella schreibt, ich fühle mich wohl, im Team zu arbeiten, weil ich an die Unterstützung und gegenseitige Aufmunterung glaube. Ich glaube, man kann immer sowohl etwas von jemandem lernen als auch verbessern. Ich glaube, du meinst, man kann nicht nur etwas lernen, sondern auch sich einander verbessern. Aber ja, das ist schon viel besser. Bitte denkt in diese Richtung. Dieses Weil ist immer so eine Frage, die nicht gefragt wird. Ja, aber das muss man wissen. Was tun Sie, wenn Sie sich entspannen wollen? Was immer da die Antwort ist, bitte sagt eine Begründung dazu. Und sind Sie in Vereinen oder sonst irgendwie aktiv? Sind Sie in Vereinen oder sonst irgendwie aktiv? Ja, da möchte das Unternehmen wissen, was vom Job ablenkt. Ja, was lenkt vom Job ab? Was gefährdet das Unternehmen? Ja, wenn ihr zum Beispiel für eine bestimmte politische Partei tätig seid, ja, dann könnte es sein, dass das Unternehmen keine Freude damit hat. Ja, denn es könnte ja sein, dass die Philosophie des Unternehmens sich mit der Philosophie der Partei überschneidet oder eben aber auch nicht. Ja, natürlich darf niemand bezüglich der politischen Ansichten diskriminiert werden, aber man kann es hier auch nicht verhindern. Es würde euch auch niemand sagen, ja. Riem schreibt zum Beispiel, um mich zu entspannen, um mich entspannen zu können, versuche ich meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Es gibt viele Dinge, die mich beruhigen können. Da nennst du dann die Dinge, die dich beruhigen können. Das wäre hier wichtig. Ich sitze allein und schnappe nach frischer Luft, zum Beispiel, genau. Oft höre ich meine Lieblingslieder, trinke frischen Saft, manchmal schaue ich mir nach Feierabend eine Komödie an. Ja, genau, so in diese Richtung ist das schön. Das macht mir Spaß und da kann ich abschalten und dann ist mein Kopf wieder frei für alles, was ich tun will. Ja, sehr schön. Genau in diese Richtung geht das Riem, ausgezeichnet, sehr, sehr gut. Ja, dann, ähm, diese Vereine oder sonst irgendwie aktiv, ja, Aktivismus zum Beispiel wäre auch sowas. Ich gehe gerne alleine campen, schreibt Rachel, wenn ich mich entspannen will, das macht mich ruhiger und motivierter. Wunderschöne Antwort, ganz genau. Geselligkeit kann sehr schön sein, wenn man mit anderen Zeit verbringt. Ja, aber zu viel Engagement für etwas anderes kann abschrecken. Ja, also wenn ihr eine zu große Leidenschaft zeigt für ganz spezielle Dinge bei dieser Antwort, dann könnte das abschreckend wirken. Albana schreibt, ich bin bei Gymnastikfrauen in einem Verein. Nein, wir treiben jeden Montag Sport und danach gehen wir in die Kneipe und trinken Bier. Bitte lass das mit der Kneipe, mit dem Bier trinken weg, ja. So ehrlich brauchst du nicht sein. Nein, aber genau darum geht es, ja. Bitte erzählt nicht zu viel, aber erzählt Highlights, ja. Ähm, das, was sehr müde macht, lass dir bitte weg und das, was viel Freude macht, äh, äh, sagt dir bitte, ja. Hm, ich zeige euch jetzt noch zwei Fragen, äh, aus dem Vorstellungsgesprächskatalog, die relativ wichtig sind. Und zwar, wie muss ein Unternehmen sein, damit sie sich dort über längere Zeit wohlfühlen? Hm, bei dieser Frage möchte der Dienstgeber oder die Dienstgeberin oder die Personalabteilung wissen, ob ihr euch Überlegungen gemacht habt. Ich habe euch ja gesagt, dass ihr ja auch Fragen stellen könnt. Das wäre genau die richtige Zeit dafür, wenn diese Frage kommt, dass man ein paar Schlagwörter sagt, äh, ein bisschen was aufzählt, ja. Dass man so Dinge sagt, wie zum Beispiel, ja, das Verhältnis zum Lärm, Großraumbüro oder doch kleineres Büro, äh, Werkzeugkiste, äh, vorhanden, ja oder nein, ja. Äh, äh, man könnte auch sagen, ja, ich wünsche mir einen Arbeitsplatz, in dem es keine Gerüche gibt, ja, also riechen Gerüche, ja, ähm, Licht, ausreichend Licht, ist ausreichend Licht vorhanden, ähm, gibt es Neonröhren oder andere Beleuchtung, ja, wie sind die Kollegen und Kolleginnen, kann ich eine Führung durch das Unternehmen haben, ja, das sind so diese, diese Möglichkeiten. Nein, diese Chancen, wo man diese Möglichkeiten nutzen kann, um die Fragen zu stellen. Ich werde euch dann gleich ein paar Fragen sagen, die man stellen kann, aber zunächst gibt es noch die letzte Frage rund um das Vorstellungsgespräch. Und zwar, was möchten sie von uns wissen? Es ist sehr gefährlich, wenn diese Frage nicht gestellt wird. Ja, also wenn das Unternehmen diese Frage nicht mehr stellt, dann hat es entweder vergessen oder es ist schon ein kleiner Hinweis darauf, dass ihr viele Dinge falsch gemacht habt, ja. Aber hier möchte das Unternehmen nochmals die Identifikation von euch überprüfen, inwieweit, ähm, ja, identifiziert ihr euch mit diesem Unternehmen und da habe ich jetzt ein paar Fragen für euch. Ja, ich komme aber zu euch, ja, ich komme aber zu euch groß ins Bild, ja, und zwar, ähm, gibt es da zum Beispiel, mit wem werde ich zusammenarbeiten, ja, mit wem werde ich zusammenarbeiten, ja, mit wem werde ich zusammenarbeiten, oder wem gegenüber werde ich weisungsgebunden sein? Oder anders gefragt, ja, mit wem werde ich unterstellt sein, ja, wer sind meine Vorgesetzten, oder wer ist mein Vorgesetzter? Dann könnte man fragen, ja, ist diese Stelle extra für mich geschaffen worden, oder wird diese Stelle nachbesetzt? Das kann auch sehr interessant sein, oder warum ist die Stelle frei geworden? Ja, das ist auch seine Frage. Oder, wie erfolgt die Einarbeitung, äh, gibt es ein, 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 ein Schulungsprogramm? Ja, wie erfolgt die Einarbeitung, gibt es ein Schulungsprogramm? Das sind so Fragen, die, ähm, einerseits euch mehr Informationen geben können, besonders dann, wenn es im Inserat nur ganz wenige Informationen zu dem Unternehmen selbst gibt. Oder, wenn ihr auf der Webseite dazu nichts gefunden habt, ja, hm, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich in Ihrem Unternehmen? Ja, wenn das Unternehmen fragt, ja, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, dann kann man auch fragen, wo sehen Sie mich in Ihrem Unternehmen in fünf Jahren, ja? Ja, ja, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Unternehmen? Ja, ihr seht, ihr könnt genauso viele Fragen stellen, wie das Unternehmen selbst. Ja, wie ist der Arbeitsplatz ausgestattet, ja, wie ist der Arbeitsplatz ausgestattet, ja, welche Systeme gibt es, welche Techniken gibt es, ja? Ja, ja, wenn man jetzt in einem handwerklichen Beruf arbeitet, wie zum Beispiel Tischler, ja, wird das Werkzeug bereitgestellt oder muss ich mein eigenes Werkzeug mitbringen? Ja, das sind, vielleicht ist das noch nicht geklärt. Wann kann ich mit Ihrer Entscheidung rechnen, ist auch eine dieser ganz berühmten Fragen, kann ich mir den Betrieb mal ansehen, wie viele Mitarbeiter gibt es insgesamt? Ja, das sind alles solche Fragen, die euch interessieren könnten. Wie sind die Arbeitszeiten im Detail? Ja, wenn dort steht, flexible Arbeitszeiten, Montag bis Samstag, irgendwann zwischen neun und zwanzig Uhr, ja, wie sind die Arbeitszeiten im Detail? Und eine Frage, vor der Dienstgeber und Dienstgeberinnen oft Angst haben, ist die Frage, wie ist das Betriebsklima? Ja, darauf zu antworten ist auch für manche Unternehmer und Unternehmerinnen nicht so einfach. Ganz genau, wie wird der Dienstplan und der Urlaub geplant? Super Silvia, das ist eine tolle Ergänzung, also all diese Dinge, die euch interessieren und die ihr bei der Recherche noch nicht herausgefunden habt. Ihr könnt auch sagen, ich habe ja auf Ihrer Internetseite gelesen, dass dies und das und das und das für Sie als Unternehmen so wichtig ist, ja, und dazu hätte ich eine Frage. Auch das könnt ihr fragen, ja, wenn ihr etwas Interessantes entdeckt habt, dann könnt ihr noch einmal sozusagen die Identität von euch mit der Firma verbinden. Und Leute, die sich mit einem Unternehmen gut identifizieren können, haben auch bei etwas schwächeren Qualifikationen Chancen, auch dann, wenn es jemanden gibt, der perfekt wäre, aber dem das Unternehmen sozusagen beim A vorbeigeht. Ja, solche gibt es auch, die verschicken 30 Bewerbungen mit den ach so tollen Qualifikationen, gehen dann zu 30 Vorstellungsgesprächen und bekommen dann zufällig eine Zusage. Ja, wenn diese Leute dann auch noch sich mit dem Unternehmen tatsächlich identifizieren würden, also die Jobinserat-Analyse gemacht haben, dann auf der Webseite recherchiert haben, sich das Unternehmen genau angesehen haben, zum Vorstellungsgespräch im typischen Arbeitslook erscheinen, ja, und noch dazu ihre Bewerbungsunterlagen gleich schon so gestaltet haben, dass es zeigt, ja, ich möchte mit ihnen zusammenarbeiten, ich identifiziere mich mit ihnen. Deshalb schaut meine Bewerbung ja auch schon fast so aus, als hätte es die Firma selber geschrieben, ja, wenn das noch wäre, ja, dann, dann hätten andere, die mit diesen Vorstellungsgesprächen nicht gut umgehen können, gar keine Chance mehr. Ihr könnt entscheiden, wer ihr sein wollt, ja, jemand, der sich mit einem Unternehmen gut identifizieren kann und, ja, den einen oder anderen, einen Mangel im Lebenslauf hat, ja, und das gut erklären kann, oder, ja, jede Frage ohne weil beantworten, das ist die andere Alternative, aber dann gibt es leider keine, wie sagt man, Chancen, ja, ganz genau. Ja, wie viele Fragen soll man stellen, fragt Lisa eine unbestimmte Zahl, das, was dich interessiert, ja, bitte stell keine Fragen, deren Antworten du schon erhalten hast, ja, also wenn du so für dich etwas vorbereitest, ja, pass vorher auch gut auf, da kannst du ja nochmal sagen, sie haben gesagt, dass es die flexiblen Arbeitszeiten gibt, das finde ich toll und wie sind da die Kernarbeitszeiten, ja, wie sind da die Kernarbeitszeiten, ist immer eine beliebte Frage. Aber, mehr Fragen gibt es dann in der Mein-Deutsch-Kurs Bewerbungstrainingsgruppe, die Gruppe gibt es auf Facebook und die Teilnahme ist gratis. Alle, die mitmachen wollen, können mitmachen, ihr braucht dann einen Code und diesen Code bekommt ihr von mir am Ende des Streams. Aber, wie geht es weiter? Wir haben ja noch was vor und zwar Einwandstrategien. Ja, was ist das jetzt? Jetzt stellt euch vor, ihr sprecht mit dem Dienstgeber, dem zukünftigen und dann gibt es leider, wie soll ich sagen, Ja, aber Momente. Ja, also ihr denkt euch, ja, aber. Ja, aber ist kein guter Stil. Ja, also wenn jemand, wenn ein Dienstgeber, ein zukünftiger, einen Einwand hat und sagt, Moment mal, also da stimmt ja wohl irgendwas nicht da mit ihrem Lebenslauf oder mit ihrer Geschichte, die sie mir erzählen, ja, dann möchte euch, auch wenn es nicht so ist, der Dienstgeber, die Dienstgeberin, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin von, ja, der Personalabteilung einfach auf die Probe stellen. Wenn es um einen Einwand geht, dann sollte man Einwände niemals direkt widerlegen. Also kein Ja, aber. Ja, das auf keinen Fall. Das geht eleganter. Ihr könntet zum Beispiel so etwas machen und zwar, sie sprechen hier ein sehr wichtiges Thema an. Und wenn man mit dieser Phrase beginnt, ja, dann hat man schon mal die Möglichkeit, kurz darüber nachzudenken, was man eigentlich sagen möchte. Ja, also nochmal zur Information, wenn es einen Einwand gibt, dann diesen Einwand bitte niemals mit Ja, aber kommentieren. Sondern, sie sprechen hier ein sehr wichtiges Thema an, sie sprechen hier einen sehr wichtigen Punkt an und währenddessen ihr das sagt, könnt ihr überlegen, was ihr dann darauf sagt. Aber bitte niemals einen Satz mit Ja, aber beginnen. Ja, man kann dann, wenn man einen Einwand hört, auch mit einer sogenannten bedingten Zustimmung antworten. Zum Beispiel, wenn der Dienstgeber sagt, ja, aber ihre Gehaltsvorstellungen sind ja viel zu hoch, ja, dann könnte man sagen, ich kann aus ihrer Perspektive gut verstehen oder gut nachvollziehen, warum sie sich diese Meinung gebildet haben. Ja, man kann eine bedingte Zustimmung geben und mit dieser bedingten Zustimmung kann man natürlich der anderen Person, in dem Fall der zukünftige Dienstgeber oder die Person aus der Personalabteilung, ja, dieser Person ein Recht geben, dass es viel ist, ja. Aber man ist ja auch viel wert, ja, jetzt ist nur die Frage, wie sagt man das, aber man ist ja auch viel wert. Ich kann aus ihrer Perspektive recht gut nachvollziehen, warum sie sich diese Meinung gebildet haben. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass ihnen Leistung das auch wert ist. Ja, habt ihr das gehört? Man muss ein bisschen aufpassen, wie man etwas sagt und wie man etwas formuliert. Ich gebe euch noch einen Einwand und alle anderen erhaltet ihr dann in der Gruppe, zum Beispiel die Sandwich-Methode. Ja, also wenn jemand, wie ein Beispiel brauche ich schnell für die Sandwich-Methode. Naja, also was ist das überhaupt? Also bei der Sandwich-Methode versucht jemand ein paar Dinge aufeinander zu stapeln, ein paar Argumente aufeinander zu stapeln, um dann nachher ein drittes Argument mehr leuchten zu lassen, ja. Ja, trotz aller positiven Gesprächsführung ist nicht jedes Aspekt oder jeder Aspekt ihrer Lebensgeschichte, ihres Lebenslaufes gleichermaßen attraktiv. Und ja, was kann man dann da tun, wenn das der Fall ist? Wenn der Lebenslauf mal Höhen und mal Tiefen enthält, wenn ihr dieses Problem habt, ja, dann könnt ihr mit Hilfe von diesem Sandwich, ja, mal was super Tolles sagen, dann eher was weniger Tolles und dann wieder was ganz Tolles, dann was weniger Tolles, dann wieder was ganz Tolles. Wisst ihr, was ich meine? Ähnlich funktioniert das ja auch mit dem Feedback, dass man zuerst was Nettes sagt und dann gibt es Feedback, Kritik meine ich, dann gibt es wieder was Nettes, ja. So wird mit diesem Sandwich sozusagen diese weniger tolle Information dazwischen eingefügt. Und das könnt ihr tun. Das hört sich dann so an, zum Beispiel, ja, einerseits habe ich dies und das und das gemacht, danach das, was nicht so toll war und zum Schluss habe ich dann auch noch dies und das und das und das und das gemacht. Man hat aber alles erwähnt und weil man dann zum Schluss die Stärksten sagt, das, was am besten ist, ist es so, dass eher das, was am besten ist, in Erinnerung bleibt. Das Erste, das Erste, was man gesagt hat und das Letzte. Ja, genau, super Rachel, zuerst positiv, dann negativ, dann wieder positiv, ausgezeichnet, Mäloika, schön, dass du hier bist. Ja, genau, super Rachel, ganz genau, das war das, was ich gemeint habe. Also es gibt Strategien und Taktiken, wie man bestimmte Informationen gut verpacken kann. Ja, Lücken und Probleme im Lebenslauf. Ja, gibt es etwas, das ihr im Lebenslauf verschweigen müsst? Gibt es da was, was ihr verschweigen müsst? Denkt einfach für euch selber nach. Gibt es da etwas? Also was fällt mir dazu ein? Zum Beispiel eine längere Arbeitslosigkeit. Es gibt so Arbeitslosigkeit unter einem halben Jahr, bis zu einem Jahr und auch länger. Kindererziehungspause, viele Frauen betrifft das, die natürlich zuerst schwanger waren und dann Kinder auf die Welt gebracht haben. Da gibt es einige Zeit, die auch zu Hause verbracht wird. Kindererziehungspausen, das kann es auch geben. Es gibt in Österreich die Karenzzeit, die dauert entweder eineinhalb oder zwei Jahre. Eine Krankheit könnte es geben, eine Krankheit unter drei Monate und über drei Monate. Warum es eben dann Lücken im Lebenslauf gibt, meine ich. Oder ein Aufenthaltsjahr im Ausland. Vielleicht drei Monate bis zwölf Monate oder sogar länger. Und ja, vielleicht ein halbes Jahr krank, meint Lisa. Ich habe dann gleich ein paar Tipps für euch. Ich überlege nur gerade, was es noch alles gibt. Gefängnisaufenthalte zum Beispiel. Gibt es ja auch. Es gibt Menschen, die auch Zeit im Gefängnis verbracht haben. Wie spricht man das an oder wie lässt man das einfließen? Private Auszeit über sechs Monate, dass man sich selbst entschlossen hat, so die ganze Welt kann mich jetzt mal. Ich lasse jetzt die Welt mal eine Zeit lang die Welt sein. Und ich lasse es jetzt mal eine Zeit lang. Oder man hatte sehr kurze Verweildauer in einem anderen Unternehmen. Man war nicht lange dort. Vielleicht nur ein paar Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder unter zwei Jahren. Wie groß kann der Erfahrungsschatz sein, den man da gesammelt hat? Das sind immer so Dinge, die sind sehr schwierig. Vielleicht fehlen auch Bewerbungsunterlagen. Vielleicht fehlen Zeugnisse. Und vor kurzem hatte ich die Frage, was soll ich tun, wenn die Schule nicht mehr existiert, bei der ich gelernt habe, wo ich zur Schule gegangen bin. Führe sie trotzdem an. Wenn du ein Zeugnis hast, leg es bei. Wenn es keine Unterlagen gibt, dann gibt es keine Unterlagen. Wenn die Schule nicht mehr existiert, was soll man machen? Also, man kann von keiner Institution, die es nicht mehr gibt, Unterlagen bekommen. Es sei denn, es war ein staatliches Unternehmen, dann gibt es natürlich Archive, wo bestimmte Dinge aufbewahrt werden. Aber da müsste man sich bei den staatlichen Institutionen erkundigen. Wenn es privat war, dann ist die Chance sehr gering. Ja, und vor allem, was macht man genau, wenn man beim letzten Job rausgeworfen wurde? Es kann nicht sein, dass man total talentfrei war. Ja, und dann muss man sich auch etwas überlegen. So, Rachel schreibt, nach der Pandemiezeit wird Arbeiten sehr schwer sein. Und wie Leuka meint, es ist nicht gut, etwas zu verschweigen. Mein Tipp ist, eine gute Erklärung über längere Pausen im Arbeitsleben zu geben. Und dann, ja, ich sehe das ähnlich. Ich sehe das ähnlich. Lasst uns mal kurz über diese kurzen Pausen reden. Also, die Wahrheit ist, dass wenn man zum Beispiel die Arbeitslosigkeit unter einem Jahr hat, natürlich kann die Corona-Zeit jetzt akut ein Grund sein. Aber es gab ja auch eine Zeit vor Corona und es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und wenn man sich das so überlegt, dann ist, wenn man ein Jahr lang auf, also wenn man ein Jahr lang arbeitslos ist, ist man nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Auf dem aktuellen Stand des Wissens. Ja, in einem Jahr tut sich wahnsinnig viel. Die Unterstellung könnte sein, dass man wenig leistungsorientiert ist. Und deiner Persönlichkeit wird unterstellt, dass, ja, wie soll ich sagen, du wenig ehrgeizig sein könntest. Und das musst du bekämpfen, ja. Vielleicht war das eine berufliche Orientierungsphase. Vielleicht gab es tatsächlich kein konkretes Ziel. Und in der Zwischenzeit gibt es aber ein konkretes Ziel. Nenne das konkrete Ziel. Vielleicht Fortbildungen, ja. Gab es da Fortbildungen in dieser Zeit? Wenn ja, dann ist das auf jeden Fall ein guter Grund, um zu zeigen, dass man noch auf dem neuesten Stand ist, ja. Vielleicht hatte man auch einen Aufenthalt im Ausland. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagiert, wenn es Lücken im Lebenslauf gibt. Nennt mir mal eine Lücke im Lebenslauf, ja, die euch persönlich interessiert. Und dann werde ich euch ein paar Tipps geben. Welche Lücken habt ihr? Vielleicht habt ihr, hm, einen Auslandsaufenthalt, der drei bis zwölf Monate gedauert hatte oder so. Wenn es so drei bis sechs Monate ist, ja, dann könnt ihr immer sagen, dass ihr eure Sprache verbessert habt, ja. Das ist immer möglich. Auch wenn ihr jetzt keinen Kurs besucht habt. Ich meine jetzt keinen bei einem Bildungsinstitut, wo man hingeht, ja. Also die Sprache verbessern kann man bei drei bis sechs Monaten schon sagen, ja. Hm, ja, ergänzende Sprachkurse, interkulturelle Praxis oder verschiedenste kleinere Jobs, um verschiedenste Richtungen anzusehen. Orientierungsphase ist auch eine Möglichkeit, die man nennen kann. Natürlich kann es auch eine private Auszeit geben, eine, die man gut begründen kann. Also wenn die private Auszeit über sechs Monate dauert, dann könnte es verschiedene Gründe geben, wie zum Beispiel Trennung oder ein Partner ist gestorben, ja. Und da könnte es schon sein, dass man sich neu orientieren muss, ja. Das hat nicht nur berufliche Gründe, sondern das hat lebensverändernde Gründe, ja. Da gibt es verschiedene Erklärungen, die man nutzen kann. Und man sollte auf jeden Fall dort direkt das sagen, was es ist. Und auch dazu ergänzen, dass man sich im Anschluss daran auch neu orientiert hat. Dass das nicht einfach war, aber in der Zwischenzeit man das schon überwunden hat, ja. Und das sollte hier auf jeden Fall dabei sein. Wenn man es noch nicht überwunden hat, dann kann man das nicht sagen. Also sollte man vielleicht noch ein bisschen warten, um das zu überwinden. Genau, also da kommt jetzt nichts Neues dazu. Ihr habt meine Frage vielleicht nicht verstanden. Doch, Lisa schreibt, wenn man krank war, ist es gut zu nennen, vielleicht ist ein gesundheitliches Problem ein Problem oder eine Gefahr für ein Unternehmen. Du sprichst ja einen sehr wichtigen Punkt an, ja. Also, wenn es um Krankheit geht. Die Frage ist ja auch immer, wie lange, ja. Wie lange die Krankheit ist. Also, du kannst ja nichts dafür, ja. Das ist ja das, wenn man krank ist, dann kann man nichts dafür. Versuch das so zu denken. Wie lange war man krank und wie viel Zeit ist man von diesem Beruf in der Zwischenzeit weg. Und was hat man trotzdem in der Zwischenzeit gemacht, damit man auf dem aktuellen Stand sein kann. Ich rede jetzt vom Wissen, ja. Oder aber auch von der Arbeit, von dem Ablauf, von den Arbeitsabläufen. Wenn du das mit der Zeit ausgleichen kannst, indem du sagst, sowas wie zum Beispiel, ja, in dieser Zeit war ich krank, in der Zwischenzeit erfreue ich mich wieder bester Gesundheit und ich konnte in der Zwischenzeit das Wissen auf dem aktuellen Stand behalten, ja. Ich konnte mit ehrenamtlichen Tätigkeiten die Arbeitsabläufe weiter trainieren, ja. Wenn sowas die Möglichkeit ist, ja, dann nutzt das bitte. Überwindung von Schicksalsschlägen ist etwas, das keine Begründung näher braucht, ja. Eine Krankheit kann ein Schicksalsschlag sein. Man denke zum Beispiel an Krebs und an verschiedenste Therapien. Das dauert ein bisschen, ja. Und wenn man das überwunden hat, dann kann man das nennen. Und zwar beim Namen, ja. Hm, ob jetzt Dienstgeber oder Dienstgeberinnen abgeschreckt sind? Hm, ich weiß es nicht. Albaner schreibt zum Beispiel, ich bin vier Jahre zu Hause gewesen, um meine Kinder zu erziehen und mich um sie zu kümmern, ja. Ja, also, wie soll ich sagen, wenn du fürsorglich bist, das kommt dabei raus, ja. Du kümmerst dich um die Kinder, du hast dich selbst um die Kinder gekümmert, dann beschreibe diese Sinnhaftigkeit, ja. Beschreibe die Sinnhaftigkeit, sprich über die Sinnhaftigkeit der Kindererziehung und dass du sehr dankbar bist, dass sie jetzt in einem bestimmten Alter sind, in dem diese Form der Nähe nicht mehr notwendig ist und du jetzt endlich wieder zurück kannst, ja. Vielleicht betonst du dieses endlich, ja, wieder zurückkommen können. Hm, vielleicht hast du in der Zwischenzeit auch verschiedene andere Dinge gemacht, ja. In den vier Jahren, ich rede jetzt von Ehrenamt. Natürlich ist dieses Familienmanagement eine sehr wichtige Tätigkeit, vielleicht gab es auch ein paar Fortbildungen, die mit einem Beruf zu tun haben oder mit einer verwandten Branche zu tun haben. Was könnte man noch anführen? Ja, selbstständige Tätigkeiten, vielleicht hast du auch selbstständig in der Zwischenzeit einige Dinge gemacht. Und Anne schreibt, bin mit meinem Partner gereist, weil er viele verschiedene Projekte in verschiedenen Ländern hatte. Ja, das sind interkulturelle Tätigkeiten, die du gemacht hast. Du kannst von interkulturellen Tätigkeiten sprechen. Einerseits hast du deinen Mann begleitet auf den beruflichen Reisen, auf den Geschäftsreisen. Und andererseits hast du in der Zwischenzeit dich sehr bezüglich der interkulturellen Unterschiedlichkeiten informiert. Und diese Unterschiedlichkeiten kannst du dazu nutzen, und zwar direkt in deinem Beruf nutzen. Vielleicht kannst du so wieder die Kurve kriegen, sozusagen den Punkt wieder zum Beruf zurücklenken, ja. Ja, denn interkulturelles Verständnis, ja, also wenn man so Schlagwörter wie Transkulturalität und Interkulturalität in den Raum wirft, ja, dann sind da immer wieder Schwierigkeiten damit verbunden. Und diese kannst du ausschließen durch diese internationale Erfahrung, die du hast, ja. Ja, vielleicht hast du auch im Ausland den einen oder anderen Kurs besucht oder ein Museum oder etwas anderes, was dieses Kulturelle hervorhebt, ja. Oder du hast dich viel mit Menschen unterhalten, die dort auch auf der Straße zu treffen sind, ja, die man auf der Straße treffen kann. Was immer du dort gemacht hast, ja, das, was du dort gemacht hast, war ja auch Arbeit. Ich meine, du bist ja nicht den ganzen Tag auf dem Hotelzimmer gesessen, oder? Hm, nein, bestimmt nicht, ja. Vielleicht gab es dort berufliche oder private Erfolge, die du für dich gefeiert hast, ja. Und diese kannst du natürlich auch nennen. Auf diese kannst du auch zurückgreifen. Vielleicht hast du dich nebenher auch zusätzlich beruflich orientiert. Es hätte ja sein können, dass du gedacht hast, naja, hier in diesem Land ist es auch sehr nett. Mal schauen, was es dort für Stellen gibt in meiner Profession, ja. Und vielleicht hast du einfach für dich probiert und versucht, eine Stelle zu bekommen oder ein Praktikum gemacht sogar, ja. Wer weiß, wer weiß. Oder vielleicht hast du das Sekretariat für deinen Mann übernommen, das könnte ja auch sein, ja. Hm, wie immer das gewesen ist, weißt nur du selbst. So, was macht man jetzt, Kindererziehungspause, über ein Jahr? Hm, also, das Unternehmen befürchtet einen starken Kompetenzverlust, ja. Denn wenn das über ein Jahr hinausgeht, vielleicht sogar zwei Jahre, dann befürchten Unternehmen, dass man diese Kompetenzen, die direkt mit dem Beruf zu tun haben, verloren gegangen sein könnten. Und wenn ihr diese Frage hört oder wenn ihr da eine Frage dazu hört, ja, und was ist jetzt, wie ist das jetzt mit dieser Kindererziehungspause, die sie sich genommen haben, ja. Dann bitte, sagt alles, was ihr über das Unternehmen wisst, sagt alles, was ihr über diesen Beruf wisst, über eure Tätigkeiten wisst, ja. Damit die andere Person ein gutes Gefühl bekommt, dass ihr die richtige Person seid. Und zwar trotz dieser Pause. Beschreibt die Arbeitsabläufe, die wichtig sind und für diesen Bereich, in dem ihr arbeiten wollt, genau die richtigen sind. Damit einfach die andere Person keine Panik hat, dass ihr alles vergessen habt, ja. Das war einfach hier dieser Punkt. Und die Unterstellung ist, dass ihr vielleicht ein bisschen bequem seid, ja, ein bisschen geringeres Selbstvertrauen habt. Ja, vielleicht eine hundertprozentige Mutti, unter Anführungszeichen, ja, so überfürsorglich für alle, die jetzt dann im Unternehmen sind. Das kann auch zu Konflikten führen. Drum, ja, sprecht bitte über, einerseits über Fortbildungen, wie ich schon erwähnt habe, vielleicht auch Selbststudium. Ja, das, was ihr jetzt macht, ist ja auch eine Form von Selbststudium. Dann, ja, Ehrenamt habe ich schon mal erwähnt, vielleicht fällt euch das auch noch ein, vielleicht gibt es was, vielleicht habt ihr einen Angehörigen gepflegt. Das kann ja auch sein, ja. Und was das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, bitte sprecht von euch und von den Dingen, die mit der Arbeit zu tun haben. Ja, wenn es um Organisationstalent sein geht und ihr zufällig alle drei Monate eine große Vereinsveranstaltung organisiert, ja, Dann ist das der richtige Zeitpunkt, ja, zu zeigen, dass euer Organisationstalent immer noch da ist, weil ihr ja alle drei Monate dieses große Vereinsfest gestaltet, in dem oder zudem immer 350 Leute mindestens kommen, plus die Angehörigen, ja, oder sowas. Also, was ihr ja macht, was ihr macht, das wisst ihr selbst am besten. Viel wichtiger ist, dass ihr das mit der beruflichen Tätigkeit in Verbindung bringt. Die zukünftigen Dienstgeber und Dienstgeberinnen wollen sich sicher sein, dass ihr die Richtigen seid und nicht vergessen habt, worum es in diesem Beruf geht, nicht vergessen habt, wie die Arbeitsabläufe sind, nicht vergessen habt, dass man mal einen Misserfolg haben darf, ja, es ist ja nicht so schlimm, ja, beim nächsten Mal geht es besser, ja. Wenn es Kompetenzprobleme gibt, ja, wenn ihr wisst, es fehlt euch etwas, dann müsst ihr das nachholen, aber bitte, wir haben die Softskills und Hardskills schon gestern, nein, vorgestern und vorvergestern angesehen, Teil 3, Teil 2, Teil 1, ja. Aber bitte, schaut euch das nochmal in Ruhe an und bringt das in Verbindung mit dem Job, den ihr haben wollt und nur dann verliert der zukünftige Dienstgeber die Angst oder die Dienstgeberin oder die Person aus der Personalabteilung, ja. Ja, bitte, beweist ihnen, dass ihr das alles könnt, ja, auch, auch wenn ihr mal zwei Jahre nicht in der Arbeit wart, ja, weil Kinder da waren, ja, oder auch, weil ihr acht Monate im Gefängnis gesessen seid, ja, was auch immer der Grund ist, ja, die Verbindung zwischen den Softskills, den Hardskills und der Tätigkeit ist hier elementar. Beweis, dass ihr es nicht vergessen habt, ja, ihr könnt auch Beispiele nennen, ihr könnt sagen, ja, erst letzte Woche habe ich dies und das und das für diesen oder jenen gemacht, ja, ich weiß genau, wie das funktioniert und ich denke, dass das noch am aktuellen Wissensstand ist, ja, solche Formulierungen, nehmt ihr bitte direkt, aus eurem Leben, ja, und es wäre so wichtig, dass ihr das übt, ja, deshalb sage ich, ja, kommt bitte in diese Gruppe und am Ende von dem Stream gibt es den Code dafür. Dann haben wir noch einen Punkt und dazu schalte ich auf den Computer und der nächste Punkt heißt Lücken bzw. Probleme im Dienstzeugnis. Wir machen das jetzt so. Ihr alle kennt die Schulnoten 1, 2, 3, 4, 5 und in Deutschland auch die Note 6, ja. Also die Note 1 ist in Deutschland die beste Note und die Note 5 ist in Österreich die schlechteste Note und in Deutschland ist die Note 6 die schlechteste Note, ja. Wir gehen jetzt mal von 1 bis 6 aus. 1 ist das Beste und 6 ist das schlechteste, also die schlechteste Note. So, ich schreibe euch jetzt einen Text auf und ihr sagt mir, ist das sehr gut, also 1 oder gut, befriedigend und so weiter. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 oder, oder ungenügend 6, ja. Ich schreibe euch jetzt was auf und ihr sagt mir, wo das hineinfällt. Ist das 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Es geht jetzt um die Arbeitsleistung und zwar Petra Mayer hat sich bemüht, die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen. Was glaubst du, was ist das? Ist das sehr gut, 1, 2, 3, 4, 5 oder ungenügend 6? Was ist das? Petra Mayer hat sich bemüht, die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen. Ist das sehr gut oder ungenügend? Albana tippt auf gut. Was ist das? Silvia tippt auf 4, ausreichend. Ich warte noch auf 2 Antworten, dann gibt es die Lösung. Rachel meint 3, befriedigend. Und Anne tippt auf 2, Lisa auf 3. Das ist ungenügend. Das ist ungenügend. Petra Mayer hat sich bemüht, die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen. Das ist die Note 6. Ungenügend. Ich schreibe euch mal mangelhaft auf, und zwar die Note 5. Ja? Ich schreibe euch mal die Note 5 auf. Und zwar Petra Mayer hat die ihr übertragenen Arbeiten im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt. Das ist 5. Petra Mayer hat die ihr übertragenen Arbeiten im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt. Schaut euch nochmal das im Vergleich an. Petra Mayer hat sich bemüht. Sie hat sich bemüht. Das heißt aber, es hat nicht geklappt. Ja. Sie hat sich bemüht, aber es hat nicht geklappt. Petra Mayer hat die ihr übertragenen Arbeiten im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt. Das ist die Note 5. Mangelhaft. Ich schreibe euch jetzt dasselbe, aber für Note 4 auf. Also für ausreichend. Frau Petra Mayer hat die ihr übertragenen Arbeiten im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt. Das ist 4. Hier fehlt im Großen und Ganzen. Seht ihr das? Ja, natürlich, Marcel, du hast völlig recht. Das ist ein Code. Diesen Dienstzeugnis-Code gibt es, weil es in den deutschsprachigen Ländern Gesetze gibt, wonach es verboten ist, etwas Negatives in ein Dienstzeugnis zu schreiben. Deshalb gibt es einen Code. Das sind verborgene Nachteile. Ja. Petra Mayer hat die ihr übertragenen Arbeiten zu unserer Zufriedenheit erledigt. Ich schreibe euch jetzt 3 auf, also befriedigend. Und ich markiere es schön. Und zwar, Petra Mayer hat die ihr übertragenen Arbeiten zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt kommt 2. Interessant, nicht wahr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt kommt 2. Petra Mayer hat die ihr übertragenen Arbeiten stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt. Und jetzt kommt es sehr gut und dann schalte ich zu euren Kommentaren, denn ich sehe, es gibt viele Reaktionen von euch. Habt ihr schon Angst? Ich weiß, ihr kennt manche Formulierungen aus euren eigenen Zeugnissen. Petra Mayer hat die ihr übertragenen Arbeiten stets zu unserer und jetzt gibt es ein Wort, das gibt es in der deutschen Sprache ansonsten nicht vollsten Zufriedenheit erledigt. Entweder ist es voll oder es ist nicht voll, aber im Bewerbungsschreiben, nein, im Dienstzeugnis gibt es auch das Wort vollsten Zufriedenheit. Voll hat keine Steigerung, aber das macht den Unterschied. Ja, Anne, da hast du recht, es gibt nur ein paar Kleinigkeiten und schon heißt es was anderes. Ich schalte zu euch, lasst uns kurz darüber reden. Und zwar, Marcelle schreibt, klingt wie ein verborgener Nachteil. Ja, das waren verborgene Nachteile. Geheimnisse der deutschen Sprache schreibt, die Zeugnissprache ist sehr geheimnisvoll wie die deutsche Sprache allgemein, oder? Ja, naja, die Sprache deutsch ist eine sehr idiomatische Sprache und genauso ist bestimmt deine Muttersprache auch eine idiomatische Sprache. Hm, geheimnisvoll, nein. Ähm, systematisch, ja. Hm, schwierig, unter Umständen. Da kann ich nicht Ja und nicht Nein sagen. Anne schreibt, es ist nur ein Wort oder es sind nur ein paar Wörter, die den Unterschied ausmachen. Ja, stets heißt immer. Stets bedeutet immer. Und Marcella fragt, die Unterschiede unter allen Aussagen sind kaum wahrnehmbar. Ja, für Dienstgeber und Dienstgeberinnen schon. Sie sind darauf geschult. Ja, hm, also, ich zeige euch jetzt noch einmal, ja, markieren wir die Unterschiede. Und zwar, Petra Mayer hat sich bemüht, ja, sie hat es versucht, ja. Hat sich bemüht, daran kann man das sehen, die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen. Dieses hat sich bemüht, ist hier dieses, äh, die, 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 die sechs, ja. Ähm, das heißt ungefähr, die gute Frau Mayer hat überhaupt keine Ahnung, was sie da getan hat, ja. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, dieses Urteil, ja. Oder im Großen und Ganzen, ja. Im Großen und Ganzen, so la la, naja, ja. Ich glaube, so kann man das, kann man das gut, äh, äh, ableiten. Dann hat die ihr übertragenen Arbeiten zu unserer Zufriedenheit erledigt, ja. Hier geht es darum, was fehlt. Dieses Großen und Ganzen fehlt, das ist gut, ja. Ja, und dieses mit dem Bemühen fehlt auch, das ist gut, ja. Ja, schöner wäre noch, wenn die volle Zufriedenheit dabei ist, dann wäre das die Note 3, ja. Wenn dann zur vollen Zufriedenheit auch noch das stets dazukommt, das immer, ja. Dann ist es die Note 2. Und die Note 1 wird es, wenn, und jetzt kommt's, wenn, dieses fehlerhafte Wort, ja. Man kann voll nicht steigern, aber hier wird es gesteigert, vollsten Zufriedenheit da ist und stets da ist. Ja, dann wirkt das sehr gut. Okay, jetzt dürft ihr euch noch was aussuchen. Entweder Arbeitserfolg oder Arbeitsweise oder Verhalten oder Führungsqualität. Ihr dürft euch jetzt eine Kategorie aussuchen. Das hier war ja die Arbeitsleistung. Sucht euch jetzt eine Beispielkategorie aus. Schreibt es mir in die Kommentare, also entweder A, B, C oder D. Und wir nehmen uns dazu jetzt einfach kurz Zeit. Ich schlage vor, so eine halbe Minute oder so etwas, ja. Und ihr tippt bitte die Buchstaben rein und ich nehme dann das, was am meisten genommen wurde. Und alle anderen könnt ihr dann in der Lerngruppe nachlesen. Die Teilnahme bei der Lerngruppe ist gratis. Sollte es zu keiner Antwort kommen, dann macht das auch nichts. Dann werde ich einfach irgendwas dann nehmen. Also, noch 25 Sekunden Zeit. Momentan ist es Arbeitsweise. B, C, D. B, C, D. Wer hat noch nicht D, meint Anne. Fünf, vier, drei, B, meint Aldona. Zwei, eins. Okay. Die Zeit ist abgelaufen. Also, wir haben B, C, D, D, B. B, C, B. Moment. B, C, D, D, B, D. Okay. Dann nehmen wir D, dann haben wir jetzt drei für D. Dann nehmen wir jetzt die sogenannte Führungsqualität. Keine Sorge. Wenn ihr alle anderen auch noch sehen wollt, dann kommt später einfach in die Lerngruppe zu mir. Auf Facebook, die heißt dann so, ihr könnt das schon mal aufschreiben. Also, Führungsqualität. Okay. Ihr dürft wieder raten. Jetzt dürft ihr wieder raten. Und zwar eins, zwei, drei, vier, fünf oder Note sechs. Was ist das? Und zwar. Petra Meier überzeugte ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und förderte die Zusammenarbeit. Sie informierte ihr Team, regte Weiterbildungen an, delegierte Aufgaben und Verantwortung und erreichte so ein hohes Abteilungsergebnis. Was glaubt ihr, ist das eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs? Eins ist das Beste, sechs ist das Schlechteste. Was glaubt ihr? Anne meint eins, Marcella meint zwei. Ich lese es nochmal vor, ihr tippt weiter. Silvia, Petra Meier überzeugte ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und förderte die Zusammenarbeit. Sie informierte ihr Team, regte Weiterbildungen an, delegierte Aufgaben und Verantwortung und erreichte so ein hohes Abteilungsergebnis. Silvia tippt auf zwei. Das erfasst wie beim Deutschkurs interaktiv bzw. bei meinem Deutschkurs das Quiz. Die richtige Antwort ist zwei. Nein, ja, es ist gut. Ja, es geht noch besser. Ich werde euch das aufschreiben, dann werdet ihr das sehen, dann könnt ihr das im Vergleich wieder sehen. Ja, jetzt folgt eins, sehr gut. Und zwar Petra Meier verstand es, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so zu überzeugen und zu motivieren, dass sie alle ihr übertragenen Aufgaben, dass sie alle ihr übertragenen Aufgaben mit großem Erfolg verwirklichen konnte. Ja, das ist sehr gut. Schauen wir uns mal Nummer drei an. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also jetzt kommt die Note drei. Wie klingt als Führungskraft die Note drei? Die klingt so. Petra Meier führte ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zielbewusst zu überdurchschnittlichen Leistungen. Petra Meier führte ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zielbewusst zu überdurchschnittlichen Leistungen. Es klingt wahnsinnig toll, aber die Frage ist immer, was fehlt? Wer ist nicht erwähnt? Das sind auch so Dinge, die immer wichtig sind. Note vier zum Beispiel klingt so. Petra Meier motivierte ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erreichte so stets voll befriedigende Leistungen. Petra Meier motivierte ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erreichte so stets voll befriedigende Leistungen. Ja, befriedigend ist die Note drei. Ja, und wenn die Note drei ist, dann ist der Führungsstil Note vier. Ja, so kann man das ungefähr, ungefähr überlegen. Dann gibt es noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann, ich meine jetzt die Note fünf. Das ist sehr mangelhaft, was jetzt kommt. Und zwar Petra Meier war ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jederzeit eine verständnisvolle Vorgesetzte. Na ja, das heißt, sie konnte sich überhaupt nicht durchsetzen. Ja, also Petra Meier war ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jederzeit eine verständnisvolle Vorgesetzte. Ja, die Mitarbeiter haben ihr auf der Nase herumgetanzt. Ja, so kann man das ungefähr, ungefähr verstehen. Aber es geht noch einen Deutsch schlimmer. Und zwar, also falls du das in deinem Zeugnis drinstehen hast, ja, bitte verlier das Zeugnis. Ja, verlier das Zeugnis. Und sag, dass du es schon angefordert hast. Aber bei deinem Umzug damals muss das irgendwie verloren gegangen sein. Ja, oder du nimmst es und sagst, wissen Sie was, schauen Sie mal dieses Dienstzeugnis an. Sie können auch, ihr könnt auch euch einen Spaß daraus machen können, sagen, schauen Sie bitte mal dieses Dienstzeugnis an. Haben Sie das gesehen, was da steht? Damals war ich wahnsinnig unreif. Ja, und ich hatte überhaupt keine Ahnung damals von diesen, von diesen Dingen. Aber ich habe viel gelernt. Und in der Zwischenzeit gilt das alles nicht mehr. Bitte nehmen Sie das, was da steht, nicht ernst. Ja, also das, so was könnt ihr schon sagen. Petra Mayer koordinierte die Arbeit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und gab klare Anweisungen. Sie führte straffdemokratisch zum Beispiel. Also Petra Mayer koordinierte die Arbeit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und gab klare Anweisungen. Ja, das ist jetzt nicht das Netteste, was man über eine Person sagen kann, die wirklich einen guten Führungsstil hat. Ja, und sie führte straffdemokratisch. Ja, da ist gar keine Führung da. Die Person muss immer sagen, ja, und wollen wir morgen ab 9 arbeiten oder ab 16 Uhr? Wie ist es euch lieber? Das ist kein Führungsstil. Ja. Oder es gibt auch das krasse Gegenteil. Ja. Sie führte oder nein, sie pflegte, so muss ich sagen, pflegte einen autoritären Führungsstil. Ja, einen autoritären Führungsstil. Hier ist es auch nicht zu begrüßen. Ja, das ist so dieser Stil wie, und wenn du das nicht machst, dann schmeiße ich dich morgen raus oder so etwas. Ja, also wenn das wirklich vorkommt, das ist kein guter Stil. Vergleichen wir nochmal. Und zwar, wie ist das mit 1? Petra Mayer verstand es, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so zu überzeugen und zu motivieren, dass sie alle ihr übertragenen Aufgaben mit großem Erfolg verwirklichen konnte. Also sie hat die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht nur überzeugt, sondern auch motiviert. Alle Aufgaben, die sie vom Unternehmen bekommen hat, hat sie entsprechend an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergegeben. Und diese Aufgaben wurden mit großem Erfolg verwirklicht. Das ist das beste Lob, das man zur Führungsqualität bekommen kann. Natürlich ist es üblich, dass in Dienstzeugnissen dann auch noch die Arbeitsbereiche stehen und solche Sachen, aber es gibt ja auch noch das Verhalten, die Arbeitsweise und den Arbeitserfolg. Dazu gibt es aber mehr in der Mein-Deutsch-Kurs-Bewerbungstrainingsgruppe auf Facebook. So, jetzt braucht ihr noch den Code. Falls ihr in dieser Gruppe noch nicht drinnen wart oder drinnen seid, dann braucht ihr den Code. Also einerseits brauchst du ein authentisches Facebook-Profil, also kein Fake-Profil. Und wenn du ein Fake-Profil hast, also kein Profilfoto, keine persönlichen Daten von dir, dann schick mir bitte an diese Adresse, das ist ein Link zum Facebook-Messenger, eine Nachricht und zwar mit einer Videobotschaft. Sag mir, wie du heißt und warum du gerne in die Gruppe möchtest. Und wenn ich dir dann das Okay gebe, dann kannst du auch mit einem anonymen Profil in die Gruppe. Aber ich möchte gerne wissen, wie du aussiehst, beziehungsweise ich möchte natürlich auch wissen, wer du bist. Ich kann dir bei solchen Tipps nur dann helfen, wenn ich auch weiß, wie du dich verhältst und wie du aussiehst. Ansonsten ist das ein bisschen schwierig. Ja, deshalb keine Fake-Profile, keine Profile ohne Leben bitte, ja. So, dann wie kommt man zur Gruppe? Die Bewerbungstrainingsgruppe gibt es hier. Sie heißt Mein Deutschkurs Bewerbungstraining und sie ist auf Facebook. Auch hier gibt es einen Direktlink, ja, zu den ganzen Gruppen, HTTPS, Facebook.com, da gibt es eine Kurzurl, FB.com, Mein Deutschkurs und Groups. Ja, wenn ihr den Code habt, dann könnt ihr in diese Gruppe kommen, wenn ihr kein Fake-Profil habt. Und jetzt braucht ihr noch den Code und das ist der Code ab heute. Und der Code ist, ja, also Klein-Nordpol-Groß-Anton, Klein-Siegfried-Groß-Emil, Klein-Nordpol-Groß-Siegfried, Klein-Paula, Klein-Richard, Groß-Anton-Y45. Also, mit diesem Code könnt ihr in die Gruppe kommen, sofern ihr kein Fake-Profil habt, ja. Wenn ihr ein Fake-Profil habt, schreibt mir zuerst eine Nachricht über den Facebook-Messenger und, ja, macht ein Video, wo ihr sagt, Hallo Johannes, ich bin, ich möchte gerne in die Gruppe kommen, weil ich unbedingt irgendwie da auch was lernen muss, ja. Aber bitte macht das, ja. Ihr könnt auf Facebook gerne anonym bleiben, das ist mir völlig egal. Aber ich kann euch nur effektiv helfen, wenn ich weiß, wie ihr ausseht, wenn ich weiß, wie ihr tickt, ja. Das geht mit Fake-Profil einfach nicht, ja. Also, dann, wenn ihr Fragen habt, ihr dürft bei jedem Video fragen, auch wenn es eine Wiederholung ist. Wenn ihr nächste Woche bei Kursen mitmachen wollt, nächste Woche gibt es dann wieder die Kurse von A1 bis C2. Wir beginnen am Montag mit einem Quiz ab 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Am Dienstag gibt es den A1-Kurs, am Mittwoch den A2-Kurs, am Donnerstag den B1-Kurs, am Freitag den B2-Kurs, am Samstag den C1-Kurs und am Sonntag den C2-Kurs. Ja, ihr könnt jederzeit einfach mitmachen, ihr braucht keine Anmeldung, es passiert alles auf diesem Kanal. Also, falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, abonniert ihn schnell. Und was noch wichtig wäre, ist, dass wenn ihr in eine Übungsgruppe kommen wollt, dann braucht ihr einen Code dazu. Wenn ihr den Code nicht wisst, dann fragt mich einfach, ja. Also, ihr könnt auf der Facebook-Seite auf die private Nachricht klicken und mich einfach nach dem Code fragen, ja. So, oder im Stream den Code hören, ja. Also, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr das heute sehr informativ gefunden habt. Schaut euch diese Fragen nochmal an, die ihr jetzt öffentlich gehört habt. Und in der Lerngruppe, mein Deutsch-Kurs Bewerbungstraining, gibt es sehr viele Bewerbungstraining-Unterlagen, die ihr runterladen könnt. Da gibt es dann nochmal einen schönen Vergleich, dann gibt es die ganzen Soft-Skills, die Hand-Skills, dann Formulierungsvorschläge, auch wie man den Lebenslauf schreiben kann und das Anschreiben, ja. Und falls ihr noch Fragen zu was anderem habt, also jetzt zu dem Bewerbungstraining, macht es trotzdem. Denn ich möchte nämlich in ungefähr einer Woche nochmals ein Bewerbungstraining machen. Und zwar zu all euren Fragen, die ihr habt. Also, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir sie bitte auf. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass wir uns in der Bewerbungstraining-Gruppe sehen. Da könnt ihr dann eine ganze Bewerbung üben, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch eure persönlichen Bewerbungen mir geben. Und ich schaue sie auch dann gerne an. Aber bitte macht es nur in der Gruppe, sonst kommt alles durcheinander. Ja, bitte macht es nur in der Gruppe. Dann darf ich euch einen fantastischen Abend wünschen. Morgen ist frei. Ja, morgen ist normalerweise der C2-Kurs. Aber morgen, jetzt ist bewusst ein Tag Pause, damit ihr alles in Ruhe anschauen könnt. Ohne, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr immer jeden Tag beim Kurs mitschauen müsst. Ja, deshalb ist morgen absichtlich einen Tag frei. Und ja, und morgen schicke ich dann auf Instagram, Entschuldigung, auf Instagram und auf die Facebook-Story den Stundenplan für nächste Woche. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Alles Liebe, alles Gute. Und wenn es euch gefallen hat, dann ladet eure Freunde ein. Bis demnächst. Tschüss. 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 Vielen Dank.